GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Eine geht noch, eine geht noch rein. Worms Clan Wars. Ich habe meine Aufnahme nicht gestartet. Ich bin schlau. Das ist sehr schlau. Toll. Dann machen wir das nochmal. Ja, hier auf Worms Clan Wars mit den üblichen Unfägen. Dong, Dong, Dong. Dong, Dong. Dong. Möchten sie noch was sagen? Dong. 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 Alexander. Dong. Kleiner Wurm. Uff. Der war mir gar nicht dick, dick, dick gemacht. Nö, mach die auch nicht. Ach, guck mal. Ihr beide links steht ja echt gut da. Nachschub ist eingetroffen. Doch, nö. Ach, nö. Ich hab was gesehen, was mir sehr überhaupt nicht gefällt. Ja. Das wärst du bereit. Willkommen in meinem Leben. Hm. Let's go. Nein, andere Richtung. Kommst du da überhaupt hoch? Du. Ja, das sollte aber eigentlich gehen. Ich muss mal näher ranzuhnen. Ich lass sie. Ja, nur ein Stück hüpfen. Hm. Hm. Ja, was macht man da jetzt? Ich will versuchen wegzukommen, aber ich glaube, da haben wir aktuell noch nichts für. Nee. Auf jeden Fall ist er da jetzt erst mal safer. Safe, safer am safesten. Ja, weil vorher hat mir das gar nicht gefallen, wo der gestanden hat. Na ja, das wird nicht helfen. Schade. Hm. Hm. Leider zu viel in dem Loch da gelandet. Genau. Haha. Ja, das ist kalt. Ja, jetzt kommt Mario. Kipo. Kipo. Komm in die gate. Das ist kalt. Gipo. Sehr gut, im Wasser. Ja, ist nicht schlimm. Nö, macht nur Schaden. Ach guck mal, kriegt er da unten noch ein Health Package, weißt du? Ich glaube, du bist da jetzt sowieso mit deinem zuerst dran da unten. Also du bist auf jeden Fall mit denen da unten links vor Gerz Wurm da unten links dran. Bisschen viel Kraft, Gerd. Granatengerd, ich bin keine 100 Kilometer weit weg. Ja, schön. Ich hab's dir heimgeteilt. Ich hab's dir heimgeteilt. Boah, was mach ich denn jetzt? Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Haben die bei euch auch gerade zweimal gesagt, das wirst du bereuen? Ja, mhm. Tschüss, Mayo. Nö, nö. Du weißt doch gar nicht, was ich machen will. Natürlich weiß ich, was du machen willst. Nö. Lucky Punch. Ha! Der Gerd wieder. Gerd, rechts ist ne Mine, ist bestimmt ein Blindgänger. Probier's mal aus. Ne, der Gerd hat schon genug Schaden bekommen jetzt in der Runde. Oder schieß mal gegen's Fass, das geht auch. Die Runde ist echt nicht deine. Ich hab die Runde eh schon abgehakt. Weil aus der Position raus machst du nicht. Nö, das stimmt wohl. Nick, du bist. Hm? Ich muss jetzt leider dafür sorgen, dass du gehst. Hm, glaub ich nicht. Auch wenn ich nicht so ganz weiß wie. Genau. Ist egal, dann mach ich zumindest schon mal ein bisschen Schaden. Das ist, äh, 0 bar, ja. Oh, du gehst doch. Da kommst du jetzt immer noch nicht hoch. Doink, doink. Super. Das wirst du bereuen. Ich glaube, theoretisch bräuchte ich dir jetzt nur eine Granate neben die, äh, Wasserflasche fallen lassen und du wärst unter Wasser. Und ich vielleicht mit. Und wenn ich mit unter Wasser wäre, würde alles hochgehen und du wärst auf jeden Fall ordentlich gedamaged. Oder so. Probier' noch mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Damit bin ich jetzt genauso im Eimer wie Geld. Ja, und du könntest durch die Explosion des Fasses auch theoretisch... Ja, damit rechne ich. Ich geh 100% nicht drauf. Tschüss, Nick. Eben deswegen sag ich ja, ich bin so am Arsch jetzt. Ich hab noch weniger HP als Mario. Das heißt was. Ja. Stimmt allerdings. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Krieg ich da irgendwie die Richtung? Mit Tab. Ah, ich muss aber schon irgendwie... Okay. Hä? Was ist das denn? Wow, das war der Rinderblitz. Der hat ja mal... War ja mal total scheiße. Hat jemand irgendwie was mitgekriegt? Ich hab's noch mal kurz knallen gehört draußen, aber mehr war da nicht. Nick, letzte Worte? Äh... Wenn ich draufgehe, wird Gerd gewinnen. Das wirst du bereuen! Boom. Noch. Guck doch mal, ob das ein Blindgänger ist. Feigling. Das Geile ist, er muss da irgendwann raus, ansonsten hat er im Sudden-Death ein Problem. Ich hätt jetzt so gelacht, wenn er sich auf ne Mine teleportiert hätte, ne? Gerd, das ist nicht nett. Nick, sei nicht dumm. Was denn? Du hast da hinten einen dicken Hurm stehen, der von vier Minen umgeben ist. Ist mir egal. Der muss ja auch erstmal... Und da kommst du nicht hoch! Der ist zu klein. Der ist zu schwächt. Zu schmächtig. Der kommt da nicht hoch. Ich hab noch Zeit. Komm in die Gänge! Genau! Komm in die Gänge! Alles klar, dann kommen wir mal in die Gänge. Reicht nicht. Wow! Geil! Ist das eine Scheiße gerade. Guck mal! Geil! Was eine Kack-Runde! Ach, lass den stehen. Ich finde, der ist da gut aufgehoben. Findest du? Mhm. Alles klar. Ah, schade. Ich hätte jetzt... Okay, ich hab ne Idee. Ich hab so ne gute Idee. Ja, wie er alle drei unten da unten ausrotten kann. Vielleicht nicht unbedingt komplett, aber ich kann gut Schaden machen. Was ist da auch noch dieser Scheiß-Vorsprung? Ja! Ich wusste es. Weil ich nicht weiß, wie ich da runterkommen soll. Äh, Gerd! Mhm. Das war doof. Mhm. Das macht man nicht. Gerd, das macht man einfach nicht. Mhm. Ich komm da halt niemals hin. Ja. Hm. Ich brauch da mal einen Durchgang nach unten. Ich muss da mal nicht hoch. Feuer! Reicht. Macht aber nicht so viel Spaß. Boah, die Mine, guck dir das an. Schade, es hat nicht... Ja, Minenräumkommando erfolgreich. Ja. Aber die... Mach keinen Scheiß jetzt, Gerd. Doch, Gerd. Sei nicht bescheuert. Nein. Nimm die Bananabomb. Du wärst bescheuert, wenn du mich jetzt komplett töten würdest. Der hab ich noch nicht. Mach ihn kalt. Er hat's verdient. Hätte ich nicht gemacht. Wobei, ist nicht so schlimm. Der schmeißt mir jetzt... Ja, ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder landest du beim Nick oder beim Mayo. Ja, der schmeißt mir jetzt eine Heilige runter und dann ist... Hoppla. Die muss aber auch erstmal gut landen. Ja, das wird nicht so problematisch. Die muss er jetzt eigentlich nur fallen lassen. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob das Ding sich nicht irgendwann nach unten bewegt. Wenn ich mich zuerst... Ja, genau das meine ich nämlich. Ist nicht so schlimm. Ich bin in die Gänge. Ja. Ganz tough. Ja. Das kann nicht sein. Der hat so viel Lack, ne. Das kann nicht sein. Alles klar. Nächste... Nächste Step ist Banane da unten rein. Dann seid ihr weg. Ich guck mir das mal in Ruhe an, was ihr da fabriziert. Wenn ich sterbe, nehm ich dich mit, ey. Wenn ich sterbe, nehm ich dich mit, ey. Ja, die liegt richtig gut. Ja, er schafft es immer wieder uns beiden Schaden zu bringen. Was haben wir denn da? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt macht er die Bananabomb, dann macht Nick die Bananabomb und dann bin ich weg. Die wird aber so nicht gut treffen, glaube ich. Ich stehe da natürlich richtig doof. Oh. Oh. Oh, tschüss Gerhard. Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Das gibt es echt nicht, ey. Nachschub ist eingetroffen. Verstanden. Ja. Ach, jetzt ist die dicke Wurst noch dran, ey. Das ist ja doof jetzt. Okay, damit habe ich gerade alles gekillt. Ich glaube, Gerhard hat gewonnen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Gerhard hat gewonnen. Wir schaukeln da noch ein bisschen. Boah, Alter. Ja. Ja, Gerhard hat gewonnen. Ja. Wow. Ich habe ja gesagt, Mario, dich nehme ich mit. Ja. Wir schaukeln. Ja. 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 Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, ich glaube auch. Ja, das kann doch nicht sein, dass das nie aufhört. Ja. 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 Wir warten dann noch ein bisschen Blut doch jetzt, oder? Nee. Immer noch nicht, weil da nochmal Wasser dazukam ist es gar nicht sein. Alter. Jetzt, 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 jetzt. Eine Stunde später. Ja, ich gehe doch mal schnell duschen und deshalb kochen. Ja, ohne Scheiß, ey. Das kann doch nicht. Der Vorteil ist jetzt Ja, aber gleich, es fliegt ja immer mehr Wasser raus Es kommt aber auch wieder rein Guck da, da kommt der Tropfen wieder Ja, aber guck mal Es geht mehr raus als rein Ja, es kommt aber alles wieder rein Jetzt Ah, endlich Ich hab überlebt Willst du, nur weil der jetzt das Glück hat, dass der da stoppt, ernsthaft Das kann nicht sein Doch So viel Glück kann kein Mensch haben, ohne Scheiß Doch, ich hab überlebt Oh Mann, ey Ohne Scheiß So einen unverdienten zweiten Platz habe ich noch nie gesehen Wie geil So, Gerd, weiter im Text mit uns, ne Ich hätte, ich wüsste genau, was ich jetzt machen würde Da ist Nicks Rechnung nicht ganz aufgegangen Weil du Glück hattest Ja klar Ja, sicher hatte ich Glück Allein, dass der da stehen geblieben ist, das konnte eigentlich gar nicht sein Ah, ja, okay Jetzt Ja, Gerd ist immerhin klug So Ich würde einfach mit der Bazooka reinheizen Oder so Das finde ich auch Gerade? Aber das müsste reichen Guck mal, jetzt mach dir die Tonne kaputt, wie du immer haben wolltest Mhm Ich bin aber, weil ich weiß, wie viel Schaden ich jetzt in einer Runde gemacht habe Steht, äh, hä, stand das nicht irgendwie Meisterschaden in einer Runde? Ja, 415 Bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss Tschüss